Willkommen bei unserem Außerferner Wochenblick, diesmal mit folgenden Themen. Neue Buslinie zum Plansee gestartet, Bär im Lechtal gesichtet und wichtiger Sieg für den SV Reute. Ab dem 1. Mai 2023 gibt es eine grenzüberschreitende Busverbindung zum Plansee, dem beliebtesten Naherholungsgebiet der außerferner Bevölkerung. Die neue Linie von Reute nach Oberau erschließt den Plansee und die Berge rund um das Graswangtal und ermöglicht vielfältige Wanderungen durch das Ammergebirge. Die neue Busverbindung wird ab 1. Mai bis 30. September an Samstagen, Sonn- und Feiertagen gefahren. Sie startet am Bahnhof Reute und führt über Breitenwang zum Plansee und weiter durch das Graswangtal zum Schloss Linderhof und Ettetal. Reutes Bürgermeister Günther Salchner erhofft sich dadurch eine Verbesserung der Parksituation am Plansee. Also uns geht es darum, dass die sehr brisante Verkehrssituation, die wir hier am Plansee erleben, ein bisschen entschärft wird, dass chaotische, wilde Parken zurückgedrängt werden kann und dass wirklich die Menschen heraufkommen können, auch mit dem Bus. Wir haben auch nahezu einen Stundentakt, um in diesem Naherholungsgebiet sich aufzuhalten und nicht angewiesen sein auf das Auto, weil, wie gesagt, der Platz ist nicht da. Durch die Mitfinanzierung der Gemeinden Reute und Breitenwang ist auch ein kostenloses Ticketangebot für die jeweiligen Bewohnerinnen und Bewohner möglich. Die Marktgemeinde Reute und die Gemeinde Breitenwang beteiligen sich an der Finanzierung. Auf der Tiroler Seite ist auch der Tourismusverband Naturparkregion Reute beteiligt und nachdem wir uns auch finanziell engagieren, können die Bürgerinnen und Bürger der Marktgemeinde Reute und der Gemeinde Breitenwang dieses Busangebot auch kostenlos nutzen. Dieses Gratisangebot soll auch die einheimische Bevölkerung motivieren, bei Ausflügen zum Plansee den PKW einmal stehen zu lassen und die neue Buslinie zu nutzen, hofft der Reha Mobilitätsmanager Alexander Höfner. Besonders deshalb hat der Reute und Breitenwang ein Gratis-Ticket gemacht für ihre Bewohner, dass man den Einheimischen auch motiviert, das ganze Angebot zu nutzen. Das ist speziell auch für den Einheimischen ausgelegt, weil der sehr kurze Zeit mit dem Bus hat. Der ist sehr schnell am Plan mit dem Bus und braucht keine Minuten länger als mit dem eigenen PKW. Im Lächter geht oftmals ein Bär um. Das Raubtier wurde laut Medienberichten in Standsach von einer Wildtierkamera erfasst. Der Bär soll sich an einer Wildfutterstelle bedient und einen Rehbock gerissen haben. Das Rehskelett wurde gefunden und wird nun auf DNA-Spuren untersucht, hieß es. Weitere Schäden an Nutztieren soll der Bär vorerst nicht angerichtet haben. Das Raubtier soll sowohl am Montag als auch am Dienstag in der Gegend aktiv gewesen sein. Die Plansee Holding AG erweitert zum 1. Juli 2023 ihren Vorstand auf vier Personen. Die Vorstände übernehmen Verantwortung für weitere querschnittliche Themen und Aufgaben. Damit setzt die Plansee Group den nächsten Schritt hin zu einer vollintegrierten Unternehmensgruppe. Wolfgang Köck geht auf eigenen Wunsch in den wohlverdienten Ruhestand. Neu im Gremium unter Leitung des Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Wecks sind Andreas Lackner, Ulrich Lausecker und Andreas Schwenninger. Sie waren mutig, engagiert und haben ihr Talent gezeigt. 52 Schülerinnen und Schüler und Lehrlinge aus ganz Tirol haben sich im Landesfinale des 70. Jugendredewettbewerbs in den drei Kategorien klassische Rede, Spontanrede und Sprachrohr einer Jury und dem Publikum gestellt. Das Themenspektrum war weit gestreut und reichte von Erteuerung, aktuellen Diskussionen um das Gendern, Suizidprävention, Mobbing und Ausgrenzung bei Jugendlichen über Kleinwüchsigkeit, Ungerechtigkeit auf der Welt und Hass im Netz bis zu gesunder Ernährung, Barrierefreiheit und persönliche Einstellungen am Prüfstand des Lebens. Otto Matrö aus dem BG BRG Reute wurde für die Rede Wir zahlen in der Kategorie klassische Rede höhere Schulen mit dem dritten Platz ausgezeichnet. Worum er gerade dieses Thema gewählt hat, hat er uns beim Reutener Jugendredewettbewerb im März erzählt. Ich finde, es ist ein Thema, das uns Jugendliche gerade in den letzten Jahren wirklich mitbegleitet und das war eigentlich ausschlaggebend, dass ich das Thema gewählt habe. Also wie man sieht, vielleicht auch im Sitzen jetzt nicht so ganz sick, aber ich bin ziemlich groß. Das war auch ein Punkt, wo ich gesagt habe, das ist einfach jetzt ein Erlebnis bei der Schule aus dem Arquette, das mich als zwölfjähriger Junge bisher geprägt hat, würde ich sagen, oder mich zum Nachdenken angeregt hat und das war auch mit meiner Körpergröße, mit Zahlen verbunden. Das ist ein persönliches Ereignis, Erlebnis. Weiter aus dem Bezirk Reute wurden ausgezeichnet Platz zwei für Tabea Wacher, ebenfalls von BG BRG Reute für die Rede Generation Weltbewusstsein in der Kategorie Sprachrohr und Emma Thunherr von der Fachschule für Kunsthandwerk und Design Elbigenalp mit der Rede Kleinwüchsige haben es schwieriger im Leben in der Kategorie klassische Rede mittlere Schulen. In den Tunnelanlagen im Landesstraßennetz starten die jährlichen Reinigungs- und Wartungsarbeiten. 52 Tunnels unter Flurtrassen und Galerien werden diesen Frühling technisch geprüft und gründlich gesäubert, um die Sicherheit weiterhin zu gewährleisten. Ein Großteil der Reinigungsaktionen findet im April und Mai statt. Der Tirolweite Tunnel Frühjahrsputz wird Anfang Juli abgeschlossen sein. Im Zuge der Tunnelreinigung werden zahlreiche Arbeiten erledigt. Belag und Wände werden gekehrt und gewaschen sowie Verkehrszeichen und Notrufzellen gereinigt. Darüber hinaus werden Gewässerschutzanlagen, Feuerlöscher oder die Sensoren für die Luftgütemessung sowie Video- und Lautsprecheranlagen auf ihre Funktion hin überprüft. Die Tunnelreinigungen im Bezirk Reute finden wie folgt statt. Leermoser Tunnel vom 17. April 7 Uhr bis 21. April 8 Uhr, Umfahrung Heiterwang vom 24. April 7 Uhr bis 26. April 16.30 Uhr, L266 Bschlaberstraße Großer Gröben vom 8. Mai und 9. Mai 7 bis 16.30 Uhr, ebenfalls L266 Bschlaberstraße Kanzertal vom 8. Mai und 9. Mai 7 bis 16.30 Uhr, L267 Kramaiserstraße Gacherblick am 10. Mai 7 bis 16.30 Uhr und die B198 Lechtalstraße Tieftal Tobel vom 2. bis 4. Mai 7 bis 16.30 Uhr. Kürzlich fand die ordentliche Jahreshauptversammlung des Seniorenbundes im Hotel Goldiner Hirsch in Reute statt. Nachdem die letzte Jahreshauptversammlung des Vereins nach dem zweijährigen Corona-Internet zuerst im September 2022 stattgefunden hat, war es einer Zeit, eine turnusmäßige Sitzung aller Mitglieder abzuhalten. Der Obmann des Seniorenbundes, Ernst Hornstein, konnte knapp 70 Mitglieder begrüßen und berichtete über vielfältige Aktivitäten seit seiner Obmannschaft. Landesobfrau Patrizia Zoller-Frischauf berichtete bei ihren Grußworten als Ehrengast, dass der Seniorenbund mit 23.000 Mitgliedern in Tirol die größte Seniorenorganisation ist und alle Ortsgruppen dafür sorgen, dass niemand allein gelassen wird. Sport, Billard. Nach einer pandemiebedingten Pause konnte der Billardclub Lech Ascher heuer den 27. Billarddorfcup austragen. Der Antrag war erneut groß. Insgesamt 79 Mannschaften mit über 230 Teilnehmerinnen und Teilnehmer spielten eine Woche lang um die begehrten Pokale, die von der Berufsausbildung des Metallwerks Plans hier zur Verfügung gestellt wurden. Robert Doser, Thomas Knittel, Verena Knittel, Thomas Sprenger und Jason Haselwanter konnten in den jeweiligen Kategorien Lizenzspieler, Damen, Herren und Jugendliche gewinnen. Die Siegermannschaft des heuerigen Dorfcups formten diesmal Robert Doser, Goran Marinkovic und Christian Czarnik. Fußball. Endlich wieder drei Punkte für den SV Reute. Nach zwei Niederlagen in Folge feierten die Reutener ihren zweiten Auswärtssieg in der Frühjahrsmeisterschaft. Die außer Ferne triumphierten ausgerechnet bei Titelkandidaten Tauer und holten sich damit eine Moralinjektion. Tauer durfte nach dieser Heimniederlage seine Aufstiegsambitionen wohl etwas zurückgeschraubt haben. Und Reute feiert seinen zweiten vollen Erfolg mit Neo-Trainer Andreas Schütz. Das war ein sehr gutes Spiel von meiner Mannschaft, resümiert der Trainer. Der Sieg geht absolut in Ordnung. Durch den gleichzeitigen Sieg des direkten Konkurrenten Landek gegen Absam bleibt der SV Reute allerdings vorerst mit zwölf Punkten mit zwei Zählern Abstand auf dem letzten Tabellenplatz. In der Bezirksliga West verliert die SPG Lechthal auswärts mit 1 zu 4 gegen Sölden und in der ersten Klasse West verliert die Tiroler Zugspitze ebenfalls hoch und zwar sogar mit 1 zu 6 gegen Mils 1b. Der FC Lechthal hingegen konnte einen 3 zu 2 Heimsieg gegen den SV Innsbruck 1b feiern. Am kommenden Wochenende beginnt auch für die Damenmannschaft des FC Lechthal die Frühjahrsaison. Im Auftakt trifft man auf den Tabellenletzten Oberlandkampfen. Die Mannschaft, die von Milorat Pavlovic betreut wird, steht aktuell auf dem siebten Tabellenplatz der Tiroler Liga.